So Leute, wir haben natürlich auch so eine portable Waschanlage hier in Bergkamm. Wenn ich mal so spät komme oder die Lenkzeit nicht mehr reicht, um den sauber zu machen, dann mache ich das hier anstatt in Werne. So, super gewaschener Bus. Die einzelnen Abläufe, Toilette ablassen und so, das kennt ihr ja mittlerweile schon. Jetzt habt ihr einen kompletten Tag von einem Reisebusfahrer gesehen.